Hey Leute, hier sind wir auf einer Unterbindung von Die Buddies Zocken und heute haben wir was Spezielles für euch und zwar, ihr wisst ja, wir haben letztens mal eine Flugmaschine gebracht und da ist so oft vorgeschlagen worden, wir sollen eine Pilzkuh mitnehmen, damit wir unendlich da weiter fliegen können und das werden wir heute machen, wir packen uns eine Pilzkuh ein und verschieben. Genau, ich bin so gespannt und gehypt, ich habe leider kein Eisen bekommen, ich habe abgehobene 12 Dears bekommen. Da warte, ich kann dir das geben und dann müssen wir gegnerklatschen gehen. Ja, willst du ein Dearschwert? Ja, ich wäre fresh, ich nix dagegen, unser Team ist fast von dir. Nein, guck mal was der da hinten baut. Der baut das von der letzten Folge. What the fuck, er macht es echt. Und wisst ihr, was das Geniale ist, wir nehmen es gerade, ihr habt das Video eigentlich noch gar nicht gesehen. Ja. Leil, der baut es vom Topfell. Leil, ich bin. So. Oh Gott, ich habe schon geglatscht. Ich habe ihn. Alles gut, du bist tot. Hey. Was? Ich verstehe das jetzt nicht, vom Motor kam, er stand auf einmal vor dir, Digga. Ja Mann, ich brauche einen Goldapfel, ich habe keine Herzen mehr. Ja, könnt ihr. Das war, glaube ich, irgendwie ein Enderpearl-Move von ihm. Das war ein Enderpearl-Move, ja. Das war ja selben Enderpearl-Move. Achtung, jetzt Lava. Nein. Okay, wir sind oben, das ist schon mal gut. Am besten, ja, eigentlich sollen wir die nicht runterboxen. Ja, ich versuche die so zu klatschen, Mann. Ich helfe dir. Oh, der eine ist mit der Art hier Typ down. Ja, hat er. Okay. Hey, wo sind die? Da ist er, da ist er zu zweit. Oh, lol. Wie die da in der Ecke waren, Mann. Der eine ist down, der andere ist auch down. Nice. Nice. Lol, hier kann man einen Slime spawnen. Lol. Lol. Hier sind wir uns. Ja. Fünf Eisen, wir haben es, Digga. Wirklich, haben wir alles? Warte, wie viel hast du jetzt? Ja, wir haben alles. Ich habe hier auch nochmal Eisen gefunden. Nice. Komm, dann lass uns spawnen. Am besten, wir stacken uns weit weg, weit weg. Ja, let's go. Und dann rein, weiter. Oh Gott, ja. Bitte bleibt, das Ding jetzt oben sitzen. Kannst du wegbauen? Ja, mache ich. Ich brauche eine Axt, perfekt. So, ich brauche noch ein Boot. Und ich brauche Schüssel noch. Ich mache mir gerade welche. Ich komme nicht ins Boot. Jetzt, okay. Rats und Block abbauen. Okay, es geht. Perfekt. Das heißt, warte, ich kann dann healen und dann rechts fliegen. Let's go, du kannst es machen. Let's go, Mann, komm. Bitte, Kuh fallen nicht runter. Oh Gott, es geht los. Die Kuh ist auch noch hier. Ich sag drinnen, ich bin tot. Und die Kuh ist auch tot. TG. Oh, was? Ich hatte den Block vergessen. Scheiße, ich brauche acht Steine. Ja, aber du hast nur sechs bekommen, oder was? Ja. Fuck, Mann. Scheiße. Er hat den an komischen Stein gegeben. Gib mir die Spitze, ich hole kurz was. Nein, nein, er weiß schon. Er holt schon, glaube ich, oder? Ich hoffe mal, er macht es. Oh, lol. Er sprach. Nein. Oh Gott. Ey, wenn du das Eis nicht loskriegst. Nein, es ist Eis nicht runter. Hol es mir kurz. Ich hole es. Mach schon mal das Holz unten weg. Nein. Komm schon, Kuh, geh rein. Geh einfach rein. Ja, es ist drin. Okay, das Holz hier ist seitlich noch weg. Ja. So, das Boot noch platzieren und dann kann es losgehen. Okay, gut. Ich habe alles im Inventar. Ich gehe da jetzt wieder hoch. So, let's go, Mann. Jetzt mach, aktivier. Ich mach, warte, ich muss den Redstone Block abbauen. Das dauern ein bisschen. Ich habe keine Spiezecke. Das lässt sich hoch, ne? Oh, er holt sich noch Suppen. Ich dachte schon, er macht jetzt irgendwas. Bitte, funktioniert es. Ey, Redstone Block, bau dich da. Tuch ab. Ey, Digger, wie lange dauert das? Wer wirft mir noch Schüsseln zu? Okay. Er baut ihn ab. Oh Gott, es geht los, Digger. Es funktioniert. Bitte, Kuh, pack dich nicht weg. Kuh, du lebst. Du bleibst am Leben. Oh Gott. Sie lebt. Oh nein. Es funktioniert. Ey, Mann, du kannst jetzt eigentlich nicht sterben. Du hast unendlich Leben. Solange die Kuh am Leben bleibt. Oh Gott. Ey, Futter. Die Frage ist, ob die Kuh am Leben bleibt beim Border. Ey, ich frag mich auch, wenn die Kuh jetzt stirbt. Wenn die Kuh jetzt stirbt, ey, dann war alle Arbeit, die komplette Arbeit umsonst. Oh Gott, bitte funktioniert das jetzt. Ey, es sieht so geil, dass einfach wieder das Ding da wegfliegt. Oh Gott. Tschüss, Mann. Mit der Kuh. Ist einfach ein Passagier, Mann. Ja. Oh Gott. Ich bekomme noch keinen Schaden. Alles safe noch. Ey, bitte. Wenn das jetzt... Es wäre so genial, wenn die Kuh nicht stirbt. Ich bin jetzt bei den Qualitaten 30 minus 160. Okay, gut. Gleich seid ihr weg, Mann. Ich werde euch vermissen. Ciao. Ich habe einfach Todesangst. Ich hoffe mal, dass ich jetzt wirklich nicht sterbe. Schafft ihr es? Überlebt ihr? Ihr dürft die Gegner nicht töten. Stimmt. Warte. Es funktioniert einwandfrei, Mann. Mann, ich sub die ganze Zeit auf Full-HP. Es ist so geil, Mann. Oh nice, und die Kuh hat es auch überlebt. Ich versuche durchzuziehen. Ja. Mit dem Teammate. Ich klatsch keinen. Ja, läuft der auch weg. Er hat ihn getötet, Mann. Nein, nicht töten. Schreib ihm das. Nein. Nicht töten. Stopp. Oh Gott. Ich bin so weit. Nein, der Box zurück. Bitte. Nein, er ist tot. Jawohl. Nice. Gut, dann lauf du jetzt weg vor dem letzten. Ich habe mich einfach eingebaut. Ich warte einfach. Ich lasse mich sonst töten, Mann. Stimmt, du kannst dich ja töten lassen. Oh Gott. Ich bin jetzt schon über 200 Blöcke weg. Ich ziehe mich einfach aus, Mann. Es funktioniert einfach. Die Kuh bleibt am Leben und ich bin komplett out of map. Ich muss nur... Ich kann sogar auf Rechtsklick oben bleiben. Ich muss gar nichts drücken. Aber eigentlich so kannst du nie sterben, Mann. Ja. Ich kann einfach... Out of map gehen und da bleiben, wenn er Bock hat. Wenn ich das Teil jetzt noch irgendwie stoppen könnte, dann könnte ich für immer hierbleiben. Dann könnte ich hier meine Base bauen und alles. Wenn du die Redstone-Blöcke weg machst, dann müsstest du eigentlich stehenbleiben. Ja. Warte, ich probiere das jetzt mal. Soll ich es probieren? Ja, riskier es. Easy. Warte. Ich gönne mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht sterben. Und tot. Was? Ja. Scheiße. Du bist gestorben, Mann. Ich bin halt ein Movement-Gott. Was hast du bitte gemeint? Oh nein. Was hast du gemeint? Ich bin einfach irgendwo runtergesprungen. Wow. Oh Gott. Oh Gott, Mann. Ich muss die Kuh irgendwie töten. Warte, ich versuche mich zu dir zu teleportieren. Oh, geht einfach nicht. Kuh, geh weg. Es bleibt nicht stehen. Es steht. Oh, okay. Ich stehe hier. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich bin mitten im Nirgendwo mit dem Teil. Ich stehe jetzt. Okay. Und lebst du jetzt noch? Wenn ich aussteige, habe ich Angst, dass ich tot bin. Er soll da ruhig mal kurz warten. Ich bin hier ganz gechillt am was bauen ohne Blöcke. Ich habe nur Redstone-Blöcke. Oh Gott, nein, 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 nein. Es hat mich runtergepusht. Oh Gott. GG auf jeden Fall, Mann. Ich würde sagen, wir gönnen uns mit dem kurzen Stream. So Leute, das war es auf jeden Fall mit der Flugmaschine mit Pilzkuh out of map. Wir hoffen natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr auf jeden Fall leichter lassen. Und ja, ich würde sagen, das war es. Benni, hast du noch was? Ja, ich wollte noch mal kurz erwähnen. Ihr wisst ihr, wir haben auch einen Sponsor. MMOGA. Da gibt es Game Keys zu holen. Wer Bock hat, kann da gerne mal vorbeigucken. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Und ja, haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.